Hallo Schatzi, ja ja, noch arbeiten. Meine Gehalte noch nichts kommen. Okay, aber meine Chefs sagen, der schon überweisen diese. Ah, du kontrollierst noch nichts kommen. Okay, okay, vielleicht irgendwo bei Banken hängen bleiben diese. Ja, Schatzi, ich kann jetzt nicht Banken anrufen. Du weißt, diese erklären nur, wenn die Geld nehmen, aber nichts, wenn die ausgeben, die nur auflegen bei mir, glaube mir. Ja, Schatzi, nicht aufregen. Nicht aufregen, du eine Beruhigungstablette nehmen, dann bestimmt wieder gut bei dir. Ah, du schon nehmen, nichts helfen. Dann du meine Mutter anrufen und mit dieser streiten, dann du bestimmt runterkommen. Du anrufen und die nicht zu Hause. Okay, okay, okay. Aber Schatzi, wir haben eigentlich genug Essen und Trinken zu Hause, die paar Tage. Ah, Schminke nichts mehr haben. Oh, Scheiße. Schminke ausgegangen, okay. Schatzi, kannst du nicht diese Flomaster von unserem Sohn nehmen und ein bisschen malen im Gesicht? Oder vom Auspuff mit Finger rausnehmen, diese schwarze Farbe ein bisschen? Geht nichts, diese. Okay, okay, okay. Scheiße. Schatzi, weißt du, was ich mache? Ich nachher anrufe beim Scholz, beim Bundeskanzler, und frage, wie der mit seinem Gehalt klarkommt, weil diese nie beschweren, dass bei ihm Gehalt ausgeht. Ich anrufe später und sage dir Bescheid. Bitte nicht aufregen, Schatzi. Bitte nicht aufregen. Schatzi, bitte nicht aufregen. Vielen Dank.